Hallo, Kanal Globus Total, Experiment Outside. Ja, liebe Freunde von der flachen Erde und liebe Mitbewohner des Globus, ich grüße euch und zwar heute aus der schönen Schweiz vom Walensee. Wieder einmal habe ich keine Kosten und Mühen gescheut, um hier für euch ein interessantes Experiment durchzuführen. Zur Durchführung dieses Experiments habe ich mir daher auch ein Präzisionsmessinstrument mitgebracht, nämlich ein Barometer. Wie wir sehen können, befindet sich der schwarze Zeiger bei 1010 Hektopascal und ich habe diese Position mit dem messingfarbenen Referenzzeiger entsprechend markiert. Rein zufällig gibt es hier in der Nähe eine Gondelbahn, mit der wir jetzt mal nach oben fahren, und zwar auf dem Flumser Berg, und ich bin schon sehr gespannt, welcher Luftdruck uns dort wohl erwarten wird. Und schon sind wir oben auf dem Berg angelangt. Jedoch ist etwas sehr, sehr Merkwürdiges passiert. Wie wir auf dem Barometer sehen können, hat der Luftdruck offenbar um ca. 8 Hektopascal zugenommen. Hier nochmal im direkten Vergleich. Dieses Ergebnis hat mich dann doch irgendwie ziemlich überrascht. Falls sich unter meinen Zuschauern qualifizierte Flacherdler befinden, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Erklärung für dieses doch ziemlich seltsame Phänomen geben könntet. Habe ich womöglich Antigravitation entdeckt? Oder nimmt der Luftdruck entgegen der Mainstream-Meinung womöglich auf hohen Bergen zu? Ich bin schon sehr gespannt, ob wir es schaffen werden, dieses Rätsel gemeinsam zu lösen. In diesem Sinne, lasst uns gemeinsam weiter am Ball bleiben und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.